Das Blickpunkt Optik-Fachgeschäft in Ketsch gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Die Experten für Gutes Sehen haben dabei nicht nur die Kunden aus Ketsch durch freundlichen, kompetenten Service eine große Auswahl und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, sondern auch Europas größten Brancheninformationsdienst, marktintern. Dieser hat das Optik-Fachgeschäft in der Rosenstraße jetzt mit dem Zertifikat 1A-Fachhändler ausgezeichnet. Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein überreichte die Urkunde an Alexandra Pasch und Frank Papenberg. Ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, exklusiver Service, eine gehobene Außendarstellung sowie qualifizierte Beratung und ein aussagefähiges Produktangebot der Markenhersteller haben überzeugt. Für die Blickpunkt Optiker der authentische Nachweis für qualifiziertes Handwerk und Dienstleistung. Die Auszeichnung zum 1A-Fachhändler bürgt für Qualität und die schätzt auch Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Von einem guten Optik-Fachgeschäft erwarte ich einfach auch eine gute Beratung. Beratung, sagen wir mal, was die Modelle angeht, was einem ins Gesicht passt. Das ist ja immer die erste Frage, steht mir denn diese Brille? Wichtig natürlich auch die Gläser an sich. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede, was die Entspiegelung angeht und so weiter. Das erwarte ich einfach eine gute Beratung und die haben wir hier in diesem Hause. Die Augen sind mit das wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Regelmäßige Prüfungen sind deshalb besonders wichtig. Einmal im Jahr gehe ich zum Augenarzt und je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, muss ich dann halt oder darf ich dann halt auch zum Optiker gehen und mir eine neue Brille anschaffen. Für den Fall der Fälle bietet Blickpunkt Optik Ketsch die große Auswahl auch in Sachen Wunschbrille. Die kompetente und freundliche Beratung hilft bei der Auswahl. Die Auszeichnung zum 1A-Fachhändler dokumentiert den hohen dauerhaften Qualitätsstandard des Fachgeschäftes. Für Ketsch übrigens ein wichtiges Angebot, weiß auch Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Sehr groß. Denn schauen Sie, eine Gemeinde mit 13.000 Einwohnern, wenn man da erst in die Stadt fahren muss, um sich die Brille anfertigen zu lassen oder wenn irgendwann was zu reparieren ist an der Brille, da ist es schon ein großer Vorteil, wenn man das gerade hier vor Ort unternehmen kann. Blickpunkt Optik Ketsch setzt dabei auf umfassenden Service. In der eigenen Fachwerkstatt werden nicht nur Reparaturen und Anpassungen vorgenommen, hier können die Augenoptiker auch die Wunschbrille anfertigen. Immer günstige Angebote oder Brille 24 Plus sind attraktive Leistungen, die Kunden aus Ketsch schätzen. Blickpunkt Optik Fachgeschäfte finden Sie in Ketsch, Lampertheim, Zwingenberg und in Ludwigshafen. Hier gibt es alles für Optik, die Freude macht. Reinschauen lohnt sich. Bis nach unten.